Herzlichen Glückwunsch GVG zum 75. Geburtstag. GVG und PKV-Verband verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Dasselbe Geburtsjahr, stetige Zusammenarbeit, viele Persönlichkeiten, allen voran unseren ehemaligen Geschäftsführer Volker Leyenbach und vor allem verbindet uns aber die gemeinsame Idee. Die soziale Sicherheit muss plural und vielgestaltig gedacht, organisiert und diskutiert werden. Dafür ist die GVG ein wichtiges Forum. Das war es vor 75 Jahren, das ist es heute und das wird es auch in Zukunft sein. Alles Gute, GVG.